Der Europapokal der Pokalsieger 1992-93 war die 33. Ausspielung des Wettbewerbs der europäischen Fußball-Pokalsieger. 36 Klubmannschaften aus 35 Ländern nahmen Teil, darunter Titelverteidiger Werder Bremen, 31 nationale Pokalsieger, drei unterlegene Pokalfinalisten und der Asmanako, der vom Französischen Verband zur Teilnahme bestimmt wurde. Durch den Zerfall der Sowjetunion und Jugoslawiens nahmen erstmals Vertreter aus Russland, der Ukraine und Slowenien teil. Weiterhin waren erstmals Vertreter aus Lichtenstein, Israel und von den Vöhrer am Start. Für Deutschland waren neben Titelverteidiger Werder Bremen noch DFB-Pokalsieger und Zweitligist Hannover 96. Aus Österreicher FB-Cups Finalist FC Admirer Wacker, aus der Schweiz Cupsieger FC Luzern und aus Lichtenstein Pokalsieger FC Vaduz am Start. Dabei trafen die beiden deutschen Klubs bereits in der ersten Runde aufeinander, wo Zweitligist Hannover gegen die Bremer ausschied. Das Finale im Wembley-Stadion in London gewann der AC Parma mit 3 zu 1 gegen den FC Antwerpen. Torschützenkönig wurde der Belgier Alexandre Czerny-Attinsky vom Finalisten Royal Antwerp FC mit sieben Toren. Modus Die Teilnehmer spielten wie gehabt im reinen Pokalmodus mit Hin- und Rückspielen den Sieger aus. Gab es nach beiden Partien Torgleichstand, entschied die Anzahl der auswärts erzielten Tore. War auch deren Anzahl gleich, fand im Rückspiel eine Verlängerung statt, in der auch die Auswärtstorregel galt. Herrschte nach Ende der Verlängerung immer noch Gleichstand, wurde ein Elfmeterschießen durchgeführt. Das Finale wurde in einem Spiel auf neutralem Platz entschieden. Bei unentschiedenem Spielstand nach Verlängerung wäre der Sieger ebenfalls in einem Elfmeterschießen ermittelt worden. Vorrunde Die Hinspiele fanden am 19. August, die Rückspiele am 2. September 1992 statt. Erste Runde Die Hinspiele fanden am 15. 16. September, die Rückspiele vom 29. 30. September bis 1. Oktober 1992 statt. Zweite Runde Die Hinspiele fanden am 21. 22. Oktober, die Rückspiele am 4. November 1992 statt. Viertelfinale Die Hinspiele fanden vom 2. bis 4. März, die Rückspiele am 17. 18. März 1993 statt. Halbfinale Die Hinspiele fanden am 6. 7. April, die Rückspiele am 22. April 1993 statt. Finale Siehe auch UEFA Champions League 1992, 93 still UEFA Pokal 1992, 93 still Die Hinspiele fanden am 21. August 19. 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 August 19